Naja, letzte Chance ist der Fisch. Und wenn der jetzt nicht funktioniert, dann habe ich wieder nichts gekonnt. Ach, wie doof. Dann habe ich ein Horn, das ich überall ausprobieren kann. Wobei ich habe ja auch noch eine Menge Formeln, die ich überall ausprobieren kann, dementsprechend. Ich würde mich davon schon eine irgendwo weiterbringen. Aber jetzt bin ich ehrlich schon ein bisschen angepisst. Ich habe den Code. Der Safe soll aufgehen. So, na dann zum Trockenbrunnenplatz. Und von dort aus nach unten. Nein, zur Kerkerkasse. Genau. Okay, da fällt mir gerade was ein mit dem Horn. Beim Horn vielleicht diesen Wirbelsturm rufen. Also über das Turbozonen und über den Wetterkanal und den Wirbelsturm. Und dann da das Horn hinsetzen. Und dann pustet der Wirbelsturm in das Horn und ja, irgendwas Schönes passiert. Lieber Woodruff, Glückwunsch, dass du so weit gekommen bist. Um deine Mühen zu erleichtern, hier ein Transportozon, das dich sofort zum Ort deiner Wahl bringt, falls du dort bereits gewesen bist. Der Schnippel ist jetzt fast in deiner Reichweite. Wirf einen Blick hinter das Porträt des Obersacks. Okay. So viel dazu habe ich jetzt. Ja, Transporter zu Ton. Ach, wie lustig. Dass man nichts lesen kann. Das ist der Drecksgerl, der meinen Teddy kalt gemacht hat. So, ich soll dahinter gucken. Was ist denn? Der Hinter wäre quasi hier. Aber ja, wie gucke ich da jetzt hinter? Irgendwas gegen klatschen, wie gesagt. Aus der Entfernung. Gibt eigentlich keine bessere Idee. Den Zettel habe ich bestimmt nicht nochmal da zum Lesen. Ich habe hier diesen Maiskolben. Hm. Bestimmt, den Maiskolben habe ich neu. Tja. Was auch immer damit zu tun ist. Äh, Kaugummi gegen... Was soll ich denn einen Blick dahinter werfen, verdammt? Mit einer Formel? Zumindest nicht mit dieser. Dann vielleicht mit einer Vergangenheitsformel. Um mich in die Vergangenheit zum Malen dieses Porträts zu schummeln. Äh, Diagnose, das macht auch keinen Sinn. So, jetzt hier mal richtig reinblasen mit dem Horn. Leider nicht. Hm. Ist sonst noch eine Idee mit dem Horn? Ich glaube nicht. Diagnostizieren? Oder eine Idee machen? Äh, mit dem Horn sage ich schon. Mit dem Mikrofon. So viel dazu. Leider nicht. Tja. Irgendwas muss damit benutzt werden. So viel steht fest. Mit dem Porträt des Obersacks. Hm. Habe ich das Horn schon probiert? Ich glaube schon. Wie doof. So. Na gut. Du Porträt, du. Und hier komme ich später. So, na dann erstmal Wetterkanal. Ka-Zick. Nein, das war falsch. Ka-Zick. Achso. Ja, natürlich. Das passt unter dieser Nummer. Sehen Sie im Telefonbuch nach. Nochmal. Ka-Zick. Sto-Platz. Auf dem Obersackplatz werden die Sturmböen noch heftiger werden. Sie werden Spitzenwerte von 333 Stundenkilometern erreichen. Im Rotlichtviertel blauer Himmel. Tja, na das passt doch mal. Da sind wir doch gerade. Also. Gute alte Meteor-Uhr. Ich hoffe, das funktioniert. Viel mehr Ideen habe ich gerade nicht. So, na dann bläst das Horn. So richtig laut und fest. Schade. Wirklich sehr, sehr schade. Tja, das Essen hinstellen. So viel Neues haben wir ja nicht. Den Kaugummi, um ihn aufzublasen. Leider auch nicht. Haben wir schon die Konserven oder eigentlich mal Blut? Wahrscheinlich schon. Äh, den Maiskolben. Den Maiskolben, natürlich. Idee. Ist da. So, vergessen wir den scheiß Sturm. Äh, Freundschaftsbar. Freundschaftsbar? Freundenviertel. Gastgasse. Was ist denn die Freundschaftsbar? Ah. Tschum. Das hier also. Äh, aber weiter geht's. Der mit mir. Hallo? Kann sich jemand anderes transportieren? Warum auch immer. Gibt nicht viel Sinn, aber ist egal. Äh, vom Freundviertel. Wir merken uns das mal, dass wir das hier, das Transporte zu Ton mit irgendwas hier benutzen können. Denn das ist schon sehr seltsam. Nur Ehlersbrücke, Titelboulevard. Ah, Titelboulevard. Sehr schön. Spielhölle, Haus der Freuden, Versuchslabors. Straßenraum und Wurzug. Guten Sittenklopp. Da wollen wir hin. Sehr, sehr schön, diese Transportfunktion. So, jetzt aber los. Popcorn. Los. Ach, verdammter Mist, noch eins. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die Ideen sind da, aber sie reichen leider nicht. So, Atemzertifikat lässt auch noch auf sich warten. Wozu brauche ich den ganzen Zubehörkrams hier? Ey, ich weiß es nicht. Ah, das Horn. Hm, mit dem Kohlebecken. Oh. Vielleicht kann ich jetzt hier rein, weil ich alle Zubehör habe, das ich dazu brauche. Hey, es ist verboten, dort lang zu gehen. Das sind Privatwohnungen. Also auch noch nicht. Komm, Karl-Heinz, helf mir ein Stückchen. Sei so lieb. Was fangen die mit ihrer Zeit an? Tatsächlich schneiden sie nur kreuz und quer herum, oder? Okay. Tja, 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 liebe Freunde. Gucken wir uns erstmal so um. Denn, obwohl ich jetzt hier das Transportgerät habe, hilft mir das momentan nicht viel weiter, da ich keine, äh, genaue Vorstellung habe, wo ich jetzt überhaupt hin möchte. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sprüche drauf. Und wer ist denn krank? Also wen kann ich denn diagnostizieren? Dazu gehe ich einfach mal wieder runter. So, in der Vergangenheit gibt es bestimmt nichts mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Da habe ich ja schon den Fisch gekriegt. Und, ja, den schönen Kot, den ich nicht brauche. Und das Horn. Vielleicht hier den Butzugdrachen beschwören. Das ist ein Butzugdrachen. Nur Scheibe einschlagen und mitnehmen. Leider nicht. Mit der Tür an sich. Auch das nicht. Ich glaube, die Werbung hier noch was zu sagen hat. So viele Fragen. Vielleicht der Knopf jetzt. Der gute alte Knopf. Haha. Nichts passiert. Kann ich irgendwas ins Terfass stecken? Das mit dem Säufer. Diagnose-Säufer. Vergangenheit. In die Vergangenheit zurücksetzen. Dass er wieder klar denken kann. Müssen wir erst mal rangehen. Aber da kommt wieder mal gar nichts. Also glaube ich nicht, dass da irgendwas zu tun ist. Doch. Na Mensch. Geil. Jetzt erinnere ich mich. Ich hab gesoffen, um zu vergessen, dass sie mir den Job im Gefängnis weggenommen haben, da ich nicht mehr Rommel spielen wollte. Weil er nicht mehr Rommel spielen wollte? Jetzt, wo die Stelle frei ist, kannst du dich ja bewerben. Ich brauch mich nur richtig anzustrengen, um einen neuen Job zu finden. Die Einstellkriterien sind drakonisch. Mit meiner Visage hab ich keine Chance. Wenn dir was einfällt, um dir zu helfen, bringe ich dir die Rommelregeln bei. Ach, Rommi. Ja, ich hab was, um dir zu helfen, mein Freund. Sogar eine ganze, ganze Menge in der Zubehörküste. Und sie benutzt er nicht, Mann. Jetzt erinnere ich mich. Ich hab gesoffen, um zu... Ja, okay. Äh. Nimm schon. Nimm schon, bitte. Warum nimmt er sie nicht? Verdammter Mist aber auch. Das ärgert mich jetzt. Vielleicht braucht er... Ja, was braucht er denn zuerst? Na schön, dass hier die Gedächtnisformel geklappt hat. Ich war schon so weit zu sagen, dass da gar nichts funktioniert. Wenn er hier keine Anstalten macht, irgendwelche Animationen abzuspielen, während ich was benutze. Jetzt klicke ich mich hier feuchtfrühlich durch mein Inventar. Und ich weiß ja eigentlich, was er braucht. Nämlich den ganzen Quatsch hier. So, nehm mich zumindest an. Äh, jetzt wo die Stelle frei ist, kannst du dich ja bewerben. Ich brauch mich nur richtig anzustrengen, um einen neuen Job zu finden. Die Einstellkriterien sind drakonisch. Mit meiner Visage hab ich keine Chance. Wenn dir was einfällt, um mir zu helfen, bring ich dir die Romy-Regeln bei. Ähm... Ja, mir fällt was ein, aber... Mäh. Er will ja nicht so recht. Da ist noch eins. Ich geh mal weg, ein Stück. Ich versuche es aus der Ferne. Der geht doch wieder ran. Tja, probiert hab ich jetzt aber alles. Die Brille. Das Kinn. Der mit seiner Visage, sagt er aber... Das wäre ja genug hier, um seine Visage irgendwie zu überdecken. Zumindest die Brille oder sonst was. Hm. Na gut. Wegteleportieren können wir ihn auch nicht. Vielleicht muss ich, ja, vielleicht muss ich hier das noch in Ter stecken. Das Kinn. Damit es auch haften bleibt. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht, meine Freunde. Diesmal nicht. Tja. Aber wir gehen jetzt einfach mal zum... Äh... Bap, bap, bap. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Tempel-Vorplatz. Nein, ich möchte zum... Na, wie heißt es? Die Knasterkasse. Ja, genau.